absitzen abschwitzen ganze trupp in die sauna abschwitzen wir laufen erst mal und kontakt oder weil sie ja den haben wir ich habe vorbeigekommen wir greifen dann von west südwest aus auf das ist mehr als einer Zwei erwischt. Könnt noch mehr sein. Ne, Pokobo. Braucht euch wieder deine Hilfe. Vorsicht, den Barm. Ich hab zwei erwischt. Aber die müssen hier den Straßengramm hochgekommen sein. Ich geh rechts von dir vorbei. Jawoll. Höhen langsam jetzt hier. Wir fahren jetzt ganz nah. Priorität hat das Haus. Wir müssen unbedingt ins Haus. Jetzt wird das hier mit Deckung nix. Eben. Da ist ne Fop dahinter. Da ist die. Ja stimmt, da ist ne Fop. Auf, die müssen wir abschaufeln. Alle hin. Alle hin. Los. Da rein. Markierung sitzt. Da ist die Fop drin. Ich seh sie von hier. Floppen und rein da. Der in der Tür ist tot. Einer, einer muss noch im Haus sitzen. Oben wahrscheinlich. Ist vorne auch noch munter weiter. Ah man, da war noch einer. Leute, auf. Rückt mal nach, Jungs. Rückt mal nach. Nachrücken, nachrücken. Mg gute Position suchen. Fop unterdrücken. Bin jetzt down. Warte. Ist einfach hinter uns. Na, 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 nachrücken. Oh, fuck. Werd, mach langsam. Die sterben alle hinter dir. Ja, ich, ja. Werd, das wär Gott-like unterwegs. Ich bin einmal rausgerannt. Das war die ganze, äh. Ach, wir haben keinen Platon-Commander, sonst hätt ich jetzt auch was drauf geworfen. Mal spawnen hinterher, oder? Ja komm. Soll ich refreshen? Wir müssen das alleine. Hört mal zu, wir haben keinen Platon-Commander. Wir müssen das alleine machen. Wir müssen wirklich diese Fop da jetzt wegsprengen oder abschaufeln. Eins von beiden. Pionier mit dem Funker rein, genau. Du setzt die Ladung rein, der Funker gibt Deckung und dann raus da. Hau rein das Ding. Kommt ein Schütze zum Rallye. Und weg. Gute Arbeit. Super, raus da. Dann vom Rallye aus neu. Wir sammeln uns wieder an den Häusern und dann gehen wir in den Punkt. Dann haben wir das Ding. Die Weltfahrer weg. Fop ist durch. Das senkt. Wir sammeln uns hier an dem großen Haus. Infanterie kommt nördlich der Fop wieder rein. Die Verwundeten bleiben liegen. Die werden von den Sunnis geholt. Vorsicht, direkt nördlich der Straße. Andere Straßenseite. Ja. Achtung, roten Haus. Bewegung. Da hab ich nach innen gelaufen. Okay. Rüber ins Haus. Die werden direkt beschussed von den Facken. Naja, aus dem Feld da. Achtung, der schießt hier wieder drauf. Auf und zu welcher Richtung. Norden. Von der Kreuzung hat er geschossen. Über die Straße im Deck. Versuch's. Ich bekämpfe hier die Infanterie noch an der Kreuzung. Ist da noch viel? Vielen Dank. Da war einer. Odin, bitte mit an die Kreuzung hoch. Markierung kommt. Hier ist nix zu sehen. Und den Sunny decken, dass er seine Arbeit machen kann. Default Player auch. Vorsicht, bei dir ist noch Feind. Der muss ins Haus rein oben. Der Böck schallt nur, wenn's geht, weil da ist grad Odin gestorben. Unmittelbar. Ich komme zu dir, Liban. Danke für den Hügel. Westgranate war jetzt besser. Die Reichweite ist das Problem. Jo, ich würd gern kreuzen. Haubutze kann sich hier auch bauen. Ich hab den Grenadero erwischt. Haubutze sagt Bescheid, wenn du in Position bist. Hinter dem Rauch sind viele im Graben. Das müssen zwei oder drei noch sein. Erst wenn Haubutze liegt, können wir rennen. Weitern noch nicht. Ich würd links rum, wir können die flankieren links. Ja. Hau man. Haubutze bist braun. Wir sehen noch nix. Wir rauchen davor. Die ersten laufen da schon raus. Die flankieren links. Wir müssen nur auf Granatenreichweite kommen. Wir sehen nix. Vorsicht, direkt rechts von euch muss ein, an der Straße muss ein Rally sein. Haubutze. Ähm, nicht reinlaufen, ne. Ich schmess die Granate rein. Ja, ich geh jetzt bis zum nixen Baum. Granate liegt. Gut, hab ich überlebt. Oh. Uh. Gut, gut, mach weiter da. Rally ist im Wasser. Ich weiß nicht, ob man den kriegt. Granate geht. Ach, du hast schon gut. Ja, Granate ist drauf. Deck mal links, deck mal links. Wetter machen, wetter machen, wetter. Wetter machen, wetter. Ich gucke schon zu euch. Ja, die lebt noch. Ja, Rally ist unkaputtbar. Steh die einfach drauf kurz. Ich geb auch noch mal ne Granate. Ja, probier mal. Ich deck euch links. Oh. Schatz. Wo ist der denn? Der ist im Wasser hier und unkaputtbar. Langsam, Jungs, langsam. Odin, Vorsicht. Haubutze, bau dich bitte auf, da ist ein Bren. Hörst du das? Genau. Ja, seh schon. Einen hab ich, aber nicht den Bren. Wir sind weiter links. Das Bren ist weiter links davon von dem. Das sind aber welche von uns? Da kann ich nicht schießen. Gebt mal, bleib mal hier, gib Deckung. Äh, Gotte. Äh, Haubutze mein ich. Bin dabei. Mach dir lauf wieder dabei? Ja. Ne, senkelschüssig aber rein. Genau, genau. Ich lauf jetzt genau unter deinen Schüssen durch auf die Senke zu. Ich muss auf Granatenrast distanz wieder kommen. Nachladen. Ich bin am Nachladen. Das Deutsche. Jawoll, ich bleib unten. Ich bleib unten, ja. Sag, wenn du wieder durch bist. Ja. Tala. Äh, spawnen sie wieder. Schieße. Du kannst. Ab einen. Ab den anderen. Zweifel. Wieso renn die auf C727? Muss kurz das Bedroffermachen. 739. Hab weggeschossen worden. Pass auf. Pass auf. Welt. Wieso renn die auf C727? Ja, ja. Oh, jetzt wird ne Scheiße. Warte doch. Oh, sorry. Sorry, warte. Ren ist tot. Aber ich krieg halt den Ren nicht weg. Ja, ja. Das ist aber 739, ne? Ja, dann markier nochmal. Und gib das nochmal durch. Der ist unkaputtbar. Kannste eigentlich sparen. Das haben wir eben schon gemacht. Ja, aber es ist noch nicht so ganz sicher. Der Rallye ist jetzt hier unterdrückt. Aber aus Norden kommt nur noch viele. Wird jedenfalls gerade gemeldet. Über den kompletten Chat. Aber trotzdem. Ja. Alle rein den Punkt so gut ihr könnt. Setzt euch in den Häusern fest. Tut mir leid, Elisa. Das war ich. Ich hab keine Ahnung wie. Aber ich hab dich irgendwie erwischt. Okay. Warte, klicken wir jetzt mit dem G vor dir. Scheiß Rallye hin. Ja. Mach mal so. Ja. Funktioniert. Wir cappen auch. Ich bin gerade im Punkt. Weil ich irgendwie mich so ein bisschen retten musste. Äh. Ich komm da jetzt erstmal nicht raus. Also ich muss den Rallye einfach halten. Mann! Ich versuch sie wieder weg zu campen. Jetzt wenn sie da raus kommen. Ja. Ich krieg jetzt da vor. Links nehmen wir uns das Audio. Warte mal. So ein Garant. Gibt ihr immer noch ein? Gibt ihr immer noch ein? Äh. Ja. Ihr braucht eine Stützung. Das wird sonst nix. Ja. Das auf jeden Fall. Wir cappen noch. Aber sehr langsam. Norden ist halt immer noch böse. Nordwesten halt immer noch. Klar. Wir cappen aber immer noch. Ja. Oh was? Merkwürdig. Wo hat er mich denn weggeschossen? Danke. Ja gut. Die Häuser. Trupp 3 zieht halt von hinten ran. Ne? Vielleicht können die die so ein bisschen abschnüren. Das ist ja okay. Ja. Pass auf. Ja. Danke. Bei dir liegt der ne? Ja. Achtung. Bei Gott liegt der in einer Kreuzung. Ich komm mal runter. Scheiße. Hier ist auch noch ein Brite. Bei Gott. Bei mir einer. Da liegt einer. Einer? Hunderte. Alter Schwede. Aber man. Ich hab zwei Wischstein. Bin ausgeblutet. Ah shit. Braucht bald der Muni ey. Jetzt ist das Magazin schon fast wieder leer. Ja. Jetzt ist die Chance. Guck mal. Die anderen sind auch dran. Wenn wir jetzt den Sack tun. Wir müssen rein jetzt. Ja genau genau. Ich mach die Pistole weiter. Offiziersleben für die Luga. Ich bin hinter die Haubutze. Lass mal erstmal dieses Haus. Werner? Werner ist vor mir gewesen? Rechts von mir? Jawohl. Jetzt kommen wir rein. Rechts ums Eck. Ich deck mal das Haus innen. Jawohl. Wir keppen schon. Geh mal rum. Hier rein rechts. Ich bin hinter die Haubutze. Hier unten schon. Achtung. Die Artillerie kommt gleich nach rechts. Ich deck nach rechts. Mach du nach links. Auf den Punkt oder was? Da ist ein Logi rechts. Ich würde fast drauf wetten. Von denen oder was? Ja das machen wir dann wenn es soweit ist. Gott da kommt deine Artillerie oder von denen? Ne 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 ne. Ich meine nicht. Gut. Hinter uns Ost. Jungs die kommen aus Osten wieder in den Punkt rein. Haubutze stellen wir ein. Haubutze stellen wir nach Osten auf. Hier in dem Bruch in der Mauer. Ich deck die Tür hier hinten. Die kommen aus dem weiter. Halt da. Dinn drin 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 nix. Denk 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 Osten bis Nordosten. Finding die auf dem Rallye schießen. Rallye heiße. Genau nix. Ja wir müssen jetzt durchziehen wir cappen das glaube ich aber. Ja die laufen südlich. Südöstlich. Okay. Na nix zählen. Vorhin. Und östlich direkt auch. Also die kommen auf jeden Fall aus dem weit. die ich da eben gesandt habe ok versuchst du mal ja unser tiger verliert er auch noch das war echt ein zeitspiel ja ja das könnte gut sein nichts zu sehen die laufen röstlich raus kommen aufs dach kommen wir hinten raus und aufs dach da ist ein leiter da sollst du bessere sichter das hätte ich auch vorher sagen können tatsächlich die kommen da in herrscher an die art wird gut fliegen würde ich spring mal rüber kurz über die löscher hier ja genau sie kommen von der straße und südöstlich also die straße nordwest ich meine ich wie viele runden schickst du gott volltreffer mit der arti 209 quer von 8 uhr aus die haben den punkt man legt doch mal das scheiß im gilz auf odin pass auf dach odin bescheid nilsum ist der nächste punkt da steht der scheiß schermann ich krieg zu viel ja genau da bei der schirm ist ganz nah in der nähe deswegen nicht weiterfahren im moment der fährt langsam weiter und dann noch kurz das ist kein schermann aber ja schießt schon aufs msp fahr weg da fahr weg da schnell nach nordwesten irgendwie erstmal abhauen hau einfach mal auf den schermann drauf und auf den cromwell da ist der cromwell ja der cromwell verpieselt sich jetzt nach nordosten cromwell? ok dann ran ja cromwell so das msp fährt einfach da langweiter das wird jetzt gejagt wieso liegen hier drei tote panzerbesatzungen rum? ja weil wir die abgeknallt haben waren die alle draus oder was? ja ja die liefen da drum rum keine ahnung was die gemacht haben aber jetzt machen sie halt nix mehr msp ist aber weg das ist scheiße ja egal jetzt sind wir schon gelaufen soweit jetzt können wir auch weiterlaufen hier fährt noch was jeep hinter uns feind alter hab ich nicht gehört ja egal da ist noch mehr dahinter inzwischen mach's platt auf wozu ja links und rechts der straße links der straße gerade in die büsche gerannt der brennt aber schon ist erstaunen da warst ne granate in die büsche links gut reagiert meiner hier bist platt wir rücken weiter vor gute arbeit ja ja direkt hinweg zur munitionskiste das ganze rumgerennen ich muss ultra pissen äh scheiße so ne runde geht wieder 90 minuten alter kein wunder dass du so gut schießt ja er wird immer nervös halt im ballern der hat einen jeep oder lkw ob du das mitnehmen kannst ach komm schon schwierig unglaublich äh warum kommt die in die spitfire du das war so knapp also mega einfach random ey alter wir werden alle gestorben 10 sekunden für satso wir werden alle tot die kiste ist unten libano du bist noch du bist schon in der cap quasi gerade so nein fast an wenn wir hier in rallye rein setzen wäre noch geiler eigentlich ja dann kreuzig das ja sicher also komm her ich probiere es das wäre mega episch dann machen wir das jetzt dann den funker komm mal bitte ein stückchen näher zu mir hier ich bin schon da ich bin schon da mach schnell bevor ich tot umkippe ja geil perfekt alter scheiße weil andere seite vom haus ist die cap direkt der beschuss kam von süden der mich getroffen hat also haben wir ein problem wenn der panzer hier einmal rein 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 schießt sind alle tot ey ja je nachdem wo sie stehen danke ja ich bleib einfach weg von den fenstern und hoffe aufs beste jetzt rauch raus da wir cappen ist das mein Leben da einshaft? ja wasser voll dann müssen wir ja nach Norden gehen auf alle die cappen los wir cappen eigentlich müssen wir ein haus weiter so ich bin auch drin also ich bin auch drin der commander ist im punkt versteck dich alle rein versteck dich versteck dich oder also ganz ehrlich das tue ich cappen geil ja die cappen wollen wir noch relativ schnell bleib in deckung alle in deckung bleiben sobald ihr in der cap seid wir sind fast genügend leute der rest wird von hinten rein geht schon passt auf Wade oben ist Wetterstock rechts Richtung südosten einer tot Haus ist frei gut willst du nachrücken? hier ist eine Topposition auf dem Bahnhof wir kippen schnell guck mal nur noch der Schlau das hört aber immer so knapp an du gehst dann auf mich wo 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 hinten ja das für mich ich deck dich ach so ich bin in den Häusern durch Junge machst mir Angst mach dich paranda Wade ok alter gotte dass du mit drin warst das hat uns glaube ich jetzt hier gerettet ja auf jeden fall mega dank commander wir haben eine kommende also das gute arbeit gewesen echt